Untertitelung im Auftrag des ZDF Ich kann das alles nicht mehr, Digga Wann zieht ihr Spawn? Weil ich wahrscheinlich eh wirke Zeus Oh, der erste, der ist krank im Klatschen Der ist low, der ist ein Bot, Scheiße, okay Der hat euch eben viermal geklatscht Dreimal gezahlt Ihr habt noch 20 Sekunden, es wird abfitten Ich wusste nicht mehr so gut Ja, mach den bitte weg Oh Gurke, I'm so sorry man Ey, mein SA Der ist einfach zurück Fake Drop Bro Der ist ein Klank Drop Ich kann nicht mehr Hehehe Hehehe Er hat da stehen Und zieh rum, wenn du ihn hörst Ok Jetzt schon? Ja Das muss ich klappen Pick Maggie, pick Low, 1 AP Musst runterziehen Maggie beim Spraynen Musst runterziehen Wenn du den Aufschluss hörst, kannst du eigentlich direkt losfeiern, weil der kann ja nicht direkt wieder schießen Es ist schön bei Maggie zu sehen, dass es noch jemanden gibt, das so scheiße ist Mach ich open oder willst du zu Hause? Immer gerne noch, Carla Was denn? Hast gekleckert? Mein Spiegeleil ist auf mein Mauspad gefallen Nein Ne, ich hab's doch so gemacht Ich muss immer schmunzeln wegen diesem Fragezeichen-Ausruhezeichen Da denke ich immer so dran, als wäre das irgendein Werbespotom FBF-Lex? 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 Wenn du Hilfe brauchst, gib doch mal ein Unterstrich-Lockadress in die Konsole ein, Alter Aber sowas muss ich immer denken, wenn du schreibst Wer klickt das? Was? Was? Ja Mann Bkf-Lex? Wir sind ein klick-Bkf?